Echte Handwerker entscheiden sich fast immer für diese drei Tischkreissägen. Aber warum? Hier in der Mitte die Festool Akku-Tischkreissäge CSC50EBI-Set. In dem Set hier sind zwei Akkus mit dabei. 18 Volt, 5,2 Ampere. Das Sägeblatt hat einen Durchmesser von 168 mm und bei 90 Grad eine Schnitttiefe von 48 mm. Der Tisch ist 35 x 25 cm groß und sehr mobil. Die Säge wiegt etwa 16 Kilo und ist damit ziemlich leicht und handlich. Die großen Vorteile dieses Modells sind die Mobilität durch die Rollen am Tisch, das geringe Gewicht und den Akkubetrieb. Außerdem ist sie vergleichsweise kompakt. Ihr könnt das Sägeblatt sowohl im Winkel als auch in der Höhe digital einstellen und das auf 10 mm. Zudem könnt ihr die Sägeblatteinstellung speichern. Die Säge ist extrem präzise und deshalb auch für Detailarbeiten verwendbar. Die erste Wahl für den Innenausbau. Wie relevant ist für dich eigentlich die Präzision auf den 10 mm? Ein Must-Have oder total unnötig? Was mir jetzt vor dem Sägen aufgefallen ist, der Tisch ist extrem leichtgängig, nicht hakelig. Und aufgrund der kleinen Bauweise haben wir hier mit der Kante des Wagens eine vergrößerte Auflage. Und aufgrund der kleinen Bauweise haben wir hier mit der Kante des Wagens eine vergrößerte Auflage. Das ist die DEWALT DWE 7492 QS. Diese Säge braucht ein Stromkabel, hat ein Sägeblatt von 250 mm Durchmesser, also deutlich größer als bei der Festool. Bei 90 Grad Schnitttiefe kommen wir auf 77 mm und das sind auch deutlich mehr. Der Tisch ist 68 x 65 cm und damit auch deutlich größer als bei Festool. Die Säge wiegt etwa 27 kg und ist damit deutlich schwerer und weniger mobil. Das Gestell hat aber auch Rollen, allerdings sind die beim Aufbau oben angeordnet und helfen dann nicht beim mobilen Verrücken. Ein großer Vorteil dieses Modells ist die besondere Robustheit. Das sieht man auch am Stahlrahmen und das macht sie besonders langlebig für den harten Baustellenalltag. Sie ist besonders geeignet für grobe bis mittelfeine Schnitte und das auch bei größeren Querschnitten des Werkstücks. Hiermit habt ihr eine rundum solide Tischkessel. Und zu meiner Rechten die Makita Tischkreissäge. Diese Säge braucht ein Stromkabel, hat einen Sägeblattdurchmesser von 260 mm und ist damit auch das größte Sägeblatt bei den drei Modellen. Bei 90 Grad hat es eine Schnitttiefe von 93 mm und das sind fast 10 cm. Der Tisch ist 62 x 61 cm groß und damit ungefähr so groß wie bei der Dewalt. Man kann den Tisch aber auch noch erweitern. Die Säge wiegt etwa 34 kg und ist damit sehr schwer. Rumtragen kann man sie auf jeden Fall nicht. Das Untergestell wiegt nochmal 23 kg und hat Rollen. Das Handling funktioniert deswegen einwandfrei, trotz des hohen Gewichts. Die großen Vorteile dieses Modells sind das hohe Gewicht, weil das sorgt für besonders viel Stabilität. Trotzdem bleibt ihr sehr mobil mit dem Untergestell, weil es die Räder an der richtigen Stelle hat. Den Tisch kann man auch ausziehen und erweitern. So kann man auch große Werkstücke gut bearbeiten. Makita ist für sein gutes Preis-Leistungswertes bekannt und mit der Säge seid ihr für grobe und feine Schnitte gerüstet. Was mir vor dem Schneiden aufgefallen ist, der Schiebeschlitten ist großformatig und hat auch eine große Ausladung. Zudem hat er vorne einen Niederhalter. Die Festool-Säge ist ein Produkt aus der Oberklasse und das sieht man einfach am Preis. Das Set, wie es hier steht, mit zwei Akkus und Ladegerät kostet um die 2500 Euro. Da seid ihr mit Dewalt und Makita schon etwas günstiger dabei. Mit um die 800 Euro bekommt ihr alles, was ihr braucht. Ihr merkt es, es gibt wichtige Unterschiede im Handling und im Anwendungsbereich der Maschinen. Die Makita besticht durch ihre große Auflagefläche, ist auch relativ groß und schwer, aber die Rollen am Tisch machen sie dann doch mobil auf der Baustelle. Die Festool hingegen ist klein und handlich und kommt im praktischen Systema-Format. Die Rollen am Tisch sind aber nur dazu da, um sie zur Baustelle zu bewegen. Den Tisch von Dewalt haben wir heute leider nicht da. Ihr müsst ihn euch aber so ähnlich vorstellen wie den von Festool. Auch da sind die Räder oben angeordnet. Welche Tischkreissäge benutzt ihr in der Werkstatt oder auf der Baustelle? Und was sind die wichtigsten Faktoren beim Kauf? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das waren die drei beliebtesten Tischkreissägen im Handwerk. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Hier findet ihr das nächste Video. Bis dann, meine Lieben. Ciao.